Hallo und ein sehr herzliches Willkommen. Ihr seid bei Würzburg Fotos und das ist das Sonntagsvideo für euch. In den letzten Wochen war ich ja in einer kleinen Sommerpause gewesen und die endet jetzt genau mit diesem Video. Heute geht es weiter hier in der Augustinerstraße. Da war ich vor ein paar Wochen erst gewesen und habe da ein längeres Video gemacht über die Augustinerstraße. Wenn ihr es nicht gesehen habt schaut mal in die Videosammlung bei Facebook und bei YouTube kann ich es euch wie immer direkt einblenden. Das Video kam ziemlich gut bei euch an und deswegen habe ich mir gedacht ich mache davon heute mal eine Fortsetzung und zwar hier drüben. Heute geht es durch die Sanderstraße und die hat ihren Namen daher, dass sie im Mittelalter die Straße war, die in die Vorstadt führte, die Sand genannt wurde. Also die Sandervorstadt und das ist heute nichts anderes als die Sanderau. Und Vorstadt deshalb, weil sich genau hier an der Neubaustraße ursprünglich die erste Würzburger Stadtmauer befand. Hier endet also die eigentliche Altstadt von Würzburg und dass hier die Stadtmauer war, das erkennt man heute auch noch daran, wie Kerzen gerade die Neubaustraße eben hier durch Würzburg geführt ist. Das war eben einfach die Begrenzung der alten Stadt Würzburg und das Gegenstück dazu, das ist dann die Juliuspromenade, die ebenfalls Kerzen gerade durch Würzburg hindurch führt. Dieser Bereich der Altstadt, der ist auch bekannt als der Bischofshut von Würzburg. Haben manche von euch vielleicht schon mal gehört diesen Begriff. Und diesen Bischofshut kann man am allerbesten erkennen, wenn man oben auf der Festung steht. Das kann ich jetzt natürlich nicht machen, deswegen machen wir das bei Google Earth und blicken da mal auf die Stadt Würzburg und da sieht man ja auch den Ringpark, der um die Stadt herum führt. Und wenn wir da noch ein bisschen tiefer gehen, sozusagen in das Herz der Stadt, dann sind wir jetzt in der Würzburger Altstadt und zieht man hier nun eine Linie entlang der Begrenzen der alten Stadtmauer, dann sieht das eben aus wie ein Bischofshut, also die Mitra, so wird das ja auch genannt. Ja, dieser Bischofshut, das war damals ein Wallgraben-System gewesen, das zur Sicherung der Stadt Würzburg diente. Erstmals erwähnt im Jahre 900 und auf einer Fläche von 42 Hektar ist das angelegt worden. Erstmal schriftlich erwähnt ist die Stadtbefestigung im Jahr 1057, was für eine Wahnsinnszahl, 1000 Jahre ist das her. Diese allererste frühe Form der Stadtmauer blieb dann bis in das Jahr 1200 bestehen und dann wurde die Stadt eben erweitert um die Vorstadt Sand und die Pleich und jetzt geht es mal rüber, über die Straße hier in die Sanderstraße. Nochmal zu der Vorstadt in Sande, zu der die Sanderstraße führt. Der Name kommt in den und daher, dass unser Fluss, also der Main, zur damaligen Zeit natürlich noch lange nicht befestigt war, so wie das heute der Fall ist. Das war damals ein Fluss, an dessen Ufern bis vor rund 110 Jahren sandige Flussauren waren. Angesichts der Straßen und wuchtigen Mauern, die da heute am Ludwig Kai stehen, kann man sich das kaum noch vorstellen. Gut sichtbar wird das aber auf einem Bild, das ungefähr auf Höhe der heutigen S-Oliver-Arena und kurz vor der Konrad-Adenauer-Brücke entstanden sein dürfte. Damals im Jahr 1907 gab es dort noch eine Pferdeschwemme, wo man die Tiere zum Säubern und Tränken in den Main führen konnte und kurze Zeit später verschwanden dann die sandigen Flussauen, von denen der Stadtteil Sanderau den Namen hat. Und der Main wurde eben befestigt und eine Straße mit Kopfsteinpflaster wurde gebaut, die auch heute noch an dieser Stelle zu sehen ist. Und bei dieser Gelegenheit auch nochmal einen herzlichen Dank an Willi Dürrnagel aus dessen wunderbaren Archiv diese zwei Bilder gerade eben stammten. Seit dem Jahr 1981 gibt es in diesem Gebäude den Till-Eulenspiegel oder kurz gesagt einfach den Eulenspiegel. Das ist ein Hotel hier in Würzburg und unten im Keller gibt es eine Bierstube und Weinstube mit so ganz urig eingerichteten Ecken, wo man drin sitzen kann, alles in Holz gebaut. Manch einer von euch war da vielleicht schon drin, wenn ihr noch nicht drin wart, tut es euch auf alle Fälle mal an. Es ist wirklich saugemütlich da unten drin und da haben wir auch den Till-Eulenspiegel. Da oben steht es geschrieben, Anno Domini 1992 wie Till-Eulenspiegel mit Justitias Hilfe dem wiehernden Amtsschimmel das Lesen beigebracht hat. Sehr schön. Die Sanderstraße befindet sich ja im sogenannten Peterer Viertel. Das ist der Bereich zwischen der Neubaustraße und dem Sandering. Und wie auch in der Augustiner Straße gab es für diese Straße in der Vergangenheit eine Namensänderung. Denn die heutige Sanderstraße hieß mal Sandergasse, so wie eben auch die Augustiner Straße mal eine Augustinergasse war, ursprünglich zumindest. Und der Name verrät ja schon, dass es hier mal recht eng zuging. Genau genommen bis ins Jahr 1906. Damals wurden einige Gebäude abgerissen, um Platz für die Verbreiterung von sechs Metern zu schaffen. Dazu hier mal ein paar alte Bilder, die zeigen wie das hier vor fast 120 Jahren aussah. Die Straßenbahn, die hatte damals nur Platz für eine eingleisige Strecke, so wie eben in der Augustinerstraße bis zu der Verbreiterung auch. Und musste sich diesen Raum dann auch noch mit den Fußgängern und den Pferdekutschen teilen. Aus heutiger Sicht gar nicht mehr vorstellbar, wie eng das hier gewesen sein muss. Hier direkt gegenüber der Einfahrt in die Reibeltgasse befindet sich das Haus Sanderstraße Nummer 7. Darin befindet sich heute im Keller das Kurt und Komisch als Diskothek und Kneipe, wenn man so will. Diskotheken und Kneipen gab es in diesem Gebäude in der Vergangenheit aber schon ganz viele. Namen wie zum Beispiel der Tiffany Club, das Moulin Rouge, Vivas oder das Brasil sind von hier aus in die Partygeschichte der Stadt Würzburg eingegangen. Im Jahr 1967 befand sich hier das Le Telefon und das Café Franz war rechts im Gebäude drin, wie man auf dieser schönen alten Ansicht sehen kann. Einige Jahrhunderte zurück war das Haus hier ursprünglich mal der Hof zum Heubaren und wurde so wie es heute zu sehen ist um 1712 errichtet. In diesem Hof zum Heubaren wurden damals Futter und Kornverräte gelagert und das war zugleich der Adelshof der Familie von Seinsheim. Das wiederum ist ein uraltes Adelsgeschlecht, das es bis heute gibt und vor rund 1100 Jahren entstanden ist. In Würzburg wird denen auch noch gehuldigt mit der Seinsheimstraße im Frauenland. Ja und die Seinsheims, die übten damals das Zehntrecht aus und lagerten eben hier die Naturalabgaben in diesem Hof ein. Und besonders toll finde ich da diesen wunderschönen Innenhof, der so ein bisschen untergeht in der Partydekoration, die da vorne aufgehängt ist. Das stammt nämlich aus dem Jahr 1714, ist ein echtes barockes Kleinod und das ist der Rest des Gartenportals, das damals zu diesem Hof gehörte. Stellt euch das mal vor, ihr habt einen Garten bei eurem Haus und das Portal, der Eingang zum Garten sieht dann so aus. Die hatten damals wirklich Geschmack, muss man sagen. Richtig toll, dass man das erhalten hat, auch wenn es nur noch so ein ganz kleines bisschen ist und ja auch nur noch so ein kleines bisschen Garten zu sehen ist. Aber immerhin hat es die Funktion auch heute noch. In Würzburg gibt es ja einige Stellen mit Graffiti. Vieles sind einfach nur Schmierereien, aber manchmal sind es echte Kunstwerke. Das hier ist eins, was mir persönlich sehr sehr gut gefällt. Schade, dass da gerade so ein Sound davor steht. Ich habe es vor längerer Zeit schon mal fotografiert und kann es sich direkt mal einblenden. Da kann man sich natürlich darüber streiten, über das Motiv, ob es einem gefällt, aber es ist auf alle Fälle eine tolle, künstlerisch wertvolle Arbeit. Schön, dass es solche Kundenmotive in Würzburg gibt. Die Sanderstraße ist in Würzburg weiterhin auch bekannt als Party- und Feiermeile. Ganz klar, hier sind ja auch einige Kneipen, wo man durchaus feiern gehen kann. Aber ich finde persönlich, das hat sich im Vergleich zu früher verlagert. Heute wird mehr gefeiert in der Augustinerstraße und vor allem auf der Juluspromenade. Es gibt aber so ein, zwei Ereignisse, die finden immer hier statt. Nämlich wenn Fußball-Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft ist und die deutsche Mannschaft wohlmöglich gewonnen hat, dann geht es hier ab wie nichts Gutes. Vor allem hier vor diesem Gebäude, wo diese Diskothek im Keller ist. Vor einigen Jahren war ich mal da oben, ganz da oben auf dem Balkon gestanden und habe das gefilmt. Ich war extra deswegen da hoch gegangen, weil ich damals für die Firma gearbeitet hatte, die in diesem Gebäude ursprünglich mal drin war. Und habe für euch bei Nacht mal gefilmt, wie dann hier der Punk abgeht in der Sanderstraße. Guckt es euch an! Und auch wenn es natürlich nicht mehr die Sanderstraße, sondern die Elefantengasse ist, mache ich einen ganz, ganz kurzen Absticher hierher. Nicht, dass jemand sagt, ich habe die wichtigste Pizzeria Deutschlands nicht erwähnt. Muss ich an der Stelle mal tun. Das ist die Blaue Grotte, kennen viele von euch. Und da oben könnt ihr zwei Leute sehen. Auf der linken Seite, das ist Nico Di Camillo und der hat 1952 in diesem Gebäude die allererste Pizzeria in Deutschland eröffnet. Die steht nämlich bei uns in Würzburg und die Blaue Grotte, die gibt es bis heute noch. Und wenn es um Thema Kneipen in der Sanderstraße geht, will ich unbedingt mal das Charlie auf der anderen Straßenseite hier drüben noch erwähnen. Das gibt es seit 1980, also seit 40 Jahren kann man an dieser Stelle Rock on Classic Rock hören. Und es ist eine, ich möchte fast schon sagen, echte Institution. Viele Alternativen mit der Musik kann ich mir in Würzburg gerade nicht denken. Also ich glaube, das ist ziemlich einmalig für Würzburg. Lange Zeit zurück befand sich an dieser Stelle einst der sogenannte Fiskalbäck. Das war eine Bäckerei und eine Weinstube hier in der Sanderstraße mit dem Haus Nummer 8. Und das Haus selber ist im Jahr 1710 ursprünglich errichtet worden und muss ursprünglich mal so ausgesehen haben wie auf dieser Bleistiftzeichnung. Ansonsten sind davon leider keine Bilder da. Ja und dieser Fiskalbäck, der machte vor 1844 wohl ganz gute Geschäfte. Denn nebenan in der Sanderstraße 6, da war das Oberpostamt von Würzburg untergebracht. Dort fuhren in der Woche so rund 200 Kutschen vor mit Post und anderen Dingen. Briefe und andere Sendungen, die mussten damals zum Postamt hier in der Sandergasse gebracht werden. Und wer ein Paket abgewartet hat, ähnlich so wie heute, oder wer eben auf Post im Allgemeinen gewartet hat, der ist nach nebenan ins Fiskalbäck gegangen und hat da auf die Pferdepost gewartet, während er ein Gläschen Wein getrunken hat. Nach dem Wiederaufbau des beim Bombenangriff am 16. März 1945 vollständig zerstörten Fiskalbäck ist da ein Restaurant eingezogen. Und zwar das war das erste Nationalitäten-Restaurant nach dem Krieg hier in Würzburg und das nannte sich damals der Pusta-Grill. Direkt hier von der Sanderstraße zweigt die Korngasse ab. Auch eine wichtige Straße in Würzburg. Den Namen Korngasse hat sie daher, weil da ursprünglich der Kornspeicher der Stadt Würzburg war. Das ist aber nur mal nebenbei bemerkt. Direkt an der Korngasse, da ist die Karmeleta-Kirche in Würzburg auch bekannt als Reuerer Kirche. Und das ist die älteste Barockkirche in ganz Franken. Die Kirche wurde nach den Plänen von Antonio Petrini im barocken Stil der einstigen Sandervorstadt gebaut. Ja, und Antonio Petrini, finde ich, kann man auch erkennen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an mein Video, das ich vor einigen Wochen aus Kitzingen gemacht habe. Die dortige evangelische Kirche, die ursprüngliche auch mal eine katholische war, sieht der hier ziemlich ähnlich. Und da kann man, finde ich, Antonio Petrini und den Barockstil ganz gut erkennen. Grundsteinlegung für die Kirche war am 19. März des Jahres 1662. Im Krieg ist sie wie so vieles in Würzburg vollständig zerstört, aber dann nach dem Krieg zum Glück Stück für Stück wieder aufgebaut worden. Und jetzt gucken wir mal in die Kirche rein, wie sie von drinnen aussieht. Die ist nämlich eigentlich ganz hübsch. Und so sieht diese Kirche von innen aus. Jetzt suche ich mir gerade mal eine Stelle, wo das Licht nicht so spiegelt, sodass ich da mal ein bisschen rein filmen kann. Drinnen sitzen gerade Leute, deswegen gehe ich da mit der Kamera jetzt nicht rein, weil ich will die Leute natürlich nicht stören. Ja, nach dem Krieg ist die Kirche Stück für Stück wieder aufgebaut worden und sah ursprünglich vor der Zerstörung ein wenig anders aus. Hier mal eine ganz alte Aufnahme von 1913, also lange vor dem Zweiten Weltkrieg. Da sieht man, wie prächtig die Kirche ursprünglich ausgestattet war. Und hier auf der rechten Seite, da kann man ein Kerzenopfer für die Gottesmutter machen. Hier kann man sie sehen, da oben auch eine Inschrift da steht, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Kerzen gibt es hier drüben. Ich nehme mir mal eine und zünde eine an für einen guten Zweck und einen guten Gedanken. Gucken mal, ob sie gleich losbrennt. Na, jawohl, kann das Ganze losgehen. Und die 50 Cent muss ich auch noch einwerfen. Ich habe schon geguckt, wo denn hier der Einwurf ist bei den Kerzen nicht. Ach nee, hier vorne bin ich ja direkt dran vorbeigelaufen. Also gut, da geht es rein, das Geld. Bitteschön. Wenn man die Sanderstraße so runter schaut, dann sieht man, dass da viele Gebäude nach dem Krieg erbaut worden sind. Ganz klassische Nachkriegsbauten in der Architektur der 50er und 60er Jahre. Wenige historische Gebäude haben sich erhalten, wie ganz da vorne der Hof zum Heubarn oder eben die Karmelitenkirche. Und hier auf der anderen Straßenseite ist auch noch ein historisches Gebäude, nämlich der Hof zum Kratzauge. So nennt sich der. Und da befindet sich ein Wappen über der Hofeinfahrt. Und das ist das Gutenbergische Wappen. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1681. So sieht also das Gutenbergische Wappen aus. Und die Gutenbergs, die kommen ja aus Franken. Unser ehemaliger Verteidigungsminister war ja auch ein von und zu Gutenberg. In Würzburg haben wir den Gutenberger Forst beziehungsweise Reichenberg. Also die hatten immer schon hier bei uns in der Region auch zu tun. Die Gutenbergs und sind mit Franken ja sowieso verbunden. In der Sanderstraße ist immer ganz schön Verkehr. Ich habe einige Aufnahmen heute immer wieder anfangen müssen, weil mir immer wieder die Strabbe durchs Bild gefahren ist. Aber das ist halt so. Die Sanderstraße ist eine der am stärksten befahrenen Straßenbahnabschnitte in Würzburg. Vorhin habe ich euch das Charlie gezeigt und erzählt, dass der früher der Fiskalbeck drin war. Und hier in dem Gebäude, da war immer der Sanderthorbeck und das war so eine ganz traditionsreiche Weinstube und ein Gastronomiebetrieb in Würzburg. Und der Sanderthorbeck, der befand sich seit Ende des 19. Jahrhunderts in Familienbesitz und war bis vor drei Jahren, Ende 2017, der einzige Beck im Stadtgebiet, der neben Ausschau und Küche auch noch so eine ganz traditionelle Backstube dabei hatte. Der Inhaber, der hatte großen Wert drauf gelegt auf die Tradition und deswegen konnte man im Sanderthorbeck wie schon in früheren Zeiten eine eigene Brotzeit mitbringen und dann bei einem leckeren Shoppen verzehren. Aber Sanderthorbeck gibt es heute nicht mehr. Heute ist es das Achtele, wie ihr sehen könnt. Und der Bäckerei ist nebendran die Bäckerei Gerholt, bei der man leckere Sachen bekommt. Da bin ich schon öfter gewesen. Tja und schon bin ich durch die Sanderstraße hindurch, aber ich glaube da habe ich euch heute doch einiges an Informationen mitgeben können und auch ein paar schöne alte Bilder gezeigt. Und zum Abschluss des Videos gehe ich jetzt mal hier die Tiepolo Straße rauf. Da vorne schaut man schön auf die Festung und den Main und ich glaube das ist für Schlussbild gar nicht so schlecht. Na und an dieser Stelle haben wir doch mal einen wunderbaren und ganz klassischen Ausblick auf Würzburg und die Festung Marienberg. Ein Ort der mir sehr gut gefällt. Vor allem zum Fotografieren war ich schon ganz ganz oft hier gewesen. An dieser Stelle endet das erste Sonntagsvideo nach der Sommerpause und wie in der Vergangenheit auch freue ich mich sehr wenn es euch gefallen hat. Und noch viel viel mehr wenn ihr mir das zeigt mit vielen Likes und mit vielen Daumen nach oben in Facebook und in YouTube natürlich. Und am allermeisten könnt ihr mich motivieren immer immer weiter zu machen mit den Sonntagsvideos wenn ihr meinen Kanal abonniert. Am liebsten bei YouTube und bei Facebook freue ich mich auch über euren Like und bei Instagram könnt ihr natürlich auch gerne vorbeischauen. Auch da bin ich weiterhin für euch da, poste Bilder und mache ab und zu Stories. Ansonsten teilt das Video gerne mit alle euren Freunden, schreibt viele Kommentare und damit darf ich mich verabschieden und sage Tschüss und Ade bis zum nächsten Mal. Und das wie immer hier bei Würzburg Fotos. Bis zum nächsten Mal. Danlica tantz. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020